Seit Generationen haben die Kraken die Meere beschützt, um uns vor der mächtigsten und gefährlichsten Kreatur von allen zu bewahren. Der Meerjungfrau? Ja, der Meerjungfrau! Aber die Menschen lieben Meerjungfrauen. Ich lieb dich so sehr! Ich lieb dich auch, gewöhnliches Kind! Ja, natürlich tun sie das. Die Menschen sind dumm. Ich bin Scherzi. Meerjungfrauen sind egoistisch und selbsterliebend. Die schlimmsten von allen. Ich kenn dein Geheimnis. Du bist eine Krake, die sich als Mensch taucht. Bereit für deine Bestimmung? Ich will nur mein Leben leben. Du bist nur ein dummer Teenager. Ich bin eine gewaltige Meerjungfrau. Klopft! Klopft! Egal wie groß die Herausforderung ist, ein Krake wird sie immer annehmen. Lass uns die Show beginnen! Dieuen und siegen, die sich die Show wünschen, Vielen Dank.